was geht ab meine lieben freunde wir testen heute die creepers von leslie ich habe die erst einmal mit mainlab zusammengezündet, vorher noch nie sind extrem geil und ja machen wir mal eine machen natürlich noch paar andere so gleich mal noch eine noch mal eine einzelne und dann machen wir drei auf einmal der sound alter und jetzt versuchen wir mal drei auf einmal hin zu bekommen jetzt drei auf einmal nein nur zwei ich glaube das waren doch alle wir können ja noch mal gucken ja die haben sich dann doch alle entzündet oh mein gott hier sieht es aus alles voller diesen kleinen dingern also die machen auch viel dreck mega geile teile kauft euch die double ring von nico in lila grün fuck richtig geiler ring ja